Willkommen zu einem neuen Part, Baldur's Gate 3, Dark Urge, Durchlauf, und wir freuen uns hier gerade mit den Komplenzen an. Hey! Ain't no party in here! Shagrur! Olak cleared us! Got to visit us for the Drehardu? My ass! What's a true soul? What we've animated at yours? Private business that is? Raiding business! But if anyone wants a pisspot guarded, we'll call. Just get your friend branded proper. Right, Saza? Got better things to do than... No, you don't! Come on, then! Bloody racket! Saluna, let's do what we have to do, then get out of here. Saluna's a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though, I'll gr... No matter. I'll breathe easier, once we're clear of this place. We don't have time for this. Besides, I already explained myself. Not found. Not found. Not found. We should know what this is. Not found. Not found. Not programmed. Not programmed. Not revealed. Not revealed. Not revealed. Not revealed. Not revealed. Not revealed. No, you didn't care. Not revealed. Not revealed. Which realm are revealed. Du auch. Halt deine Arme, damit ich dein Fleisch marken kann. Vielleicht brauchst du es nicht. Nach allem bist du speziell, nicht? Wie ich. Sie hat deine Gedanken gemacht. Sie hat deine Gedanken gemacht. Sie hat eine Beziehung. Sie hat auch eine Parasite. Die Schmutz scheint zu entgegen. Sie hat eine Vision von der Goblin Priestess. Sie hat eine Beziehung von einem sehr leckeres Kind. Eine der Schöne. Die Vision ist weg. Sie stehen vor der Goblin Priestess in der Tempel wieder. Die Batur erwärte dich. Sie hat dich in die dunkle Shudderung. Segel ist eine kleine Blöcke. Sie hat einen Schöne. Ich habe dich in hier. Ihr wisst, ihr wisst, ihr hilft zu schätzen, ich brauche einen Halon, ich habe eine Kretonkopf, könnt ihr wirklich was machen, meint ihr, was immer in diesen Schatten bewirkt könnt, könnt ihr wieder hinkriegen Gerade nicht, damit immer anders zu reden Warn sie nochmal Rettung Wir retten vielleicht später Erstmal müssen wir uns mit Tara holen Einmal hier speichern Was für scheiß baum Was für scheiß baum A Dürgar Wir haben sie ja noch ein paar Hände in sie Ich bin ein sehr froh, das ist es auf die Dürgen Ich bin ein sehr froh Ich fühle mich an die Hände, als die Drowler te beherrscht Oh, mein Gott Ihr Prisoner ist einer der Lieblings favoritesten Sazer A true soul No, a combi They was in the grove, hanging around with the tieflings Undercover, no doubt Carrying out the absolute's will Oh, Sazer You have made a grave error And it will be your last My spiders are hungry, little one But before they feast Tell me where that grove is And I'm here yet Spare your life It's part of the bridge, for the east Big old gate, covered in ivy Don't hurt me, mistress, please I will not hurt you My spiders will have that pleasure No, a mucked up, I'm sorry But I didn't know who they were They didn't tell me nothing A liar as well as a fool I hope you're at least digestible Digestible It ain't true Them's the bloody liars Somebody help! Super, wait for our help That pathetic worm has brought me the information I need And it seems that the inhabitants of the grove trust you We can use that against them But they don't let me do it In this slaughter Return to the grove When the raiding party approaches Throw open the gate and signal me The fate of the groves inhabitants hangs in the balance Killing the drow here would spell them But it might be better to face her warband at the grove itself On familiar ground On the other hand Participating in the slaughter as she asks May be the perfect way to earn her trust And access to the cults in her circle That's a small problem A lot of ancient hens are already dead There is a problem that one is destroyed by a green hens If you don't get out of it, it will be completed I'm sure not, I'm... I have to kill you You started the slaughter without me How selfish But we can still fight side by side Together we will destroy any who have not died or fled I will gather my warband We will reach the grove by next light The absolute will reward us Come on, Raiders It is time to feed the grove Okay, and what do I do now? Come on, we found our prayer Follow her I'll follow her I'll use the team Come on, we found our prayer Where will Satsa be sent to the spiders? Schickt Verfolge das ganze neu Reisen suchen wir später Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf geht's Ich kann losgehen Ich erwarte große Dinge von dir Ich hoffe die anderen machen da mit Ich muss nicht alleine kämpfen Ich bin gespannt wie das wird Das habe ich noch nie gemacht Ich dachte hier kriegst du mal sehen Wollen wir mal schnell reisen oder Smartime Wir hätten doch noch schnell Reise Sind sie jetzt verwertet Verwertet Ich denke, wir müssen jetzt mal zum Schreien. Nicht per Schnellreise dann so. So geht's die Brücke lang. Die Schlacht beginnt. Schön am Atmen, die Seele oder so. Mal schauen, ob wir uns den noch anschließen können. Ob wir das jetzt gekackt haben. Die Schreien. Die Schlacht. Schmalen. Bipedal. Goblins. Die Komplinen sind aber nicht hier. Warten wir jetzt aufs Video, oder? Hätte ich die Komplinen-Vorsatz sagen. Kassel her. Wohne die Räume! Da haben sie alle wieder geschlachtet. Ja, aber die es ist ja... die wir hier schon mal hatten, wie man am Anfang sieht. Ich gehe hier noch mal hoch, und gehen wir zurück ins Kompeten Lager. Vielleicht treffe man da auf dem Weg. Krieger. Hier ist keiner. Dann schauen wir mal, ob ich hier welche durch den Wald gelaufen bin. Ich gehe hier noch mal an. Hier sehen wir mal an. hier müsste es lang gehen also mit Tara ist hier noch nicht auf dem Weg wir haben sie jetzt in Druck geschickt tja hier waren wir noch nicht hier ist auch nichts hier haben wir doch auch schon du folgst mich? geh verloren ach du scheiße in der fälse müssen wir suchen wir können uns erzählen doch noch bitten ich meine hier hat uns geholfen das ist so gut ich habe es so gut Feinde mit Einschüchterne Schlossknacker sind schon gefährliche Leute können Ein richtig Schaden anrichten Eine 15, oh Gott Haben wir geschafft Okay, können wir nicht befreien Don't go bother with my pigeon, he's mine Pitch What's it to you? Der Haustier ist ein weit und recht berühmter Schriftsteller Ich habe sie bewundert, ich hätte auch gerne eine Um das furchtbar wie die niedrige Kreaturen im Köpfchen zu sehen Kreatur sieht schwach aus, krank sogar Sie wird sich nicht lange leben Na komm Sehr schön Ich habe ihn für eine Schöne Warum nicht? Und nicht die Leute ihn schreien Nein, erzähl ihm was er zu tun Bring ihn zurück Ah, das ist doch gut. Wo haben wir gerettet? Da können wir noch ein Auge verlieren Jetzt bin wir Hellsinn töten Jetzt hauen wir das nicht mehr da Hier sitzt keiner drunnen Die Sätze haben sogar da sind gestickt Meine Kinder schreien wieder Zu besiegen ist deutlich schwerer als die Noments zu besiegen Und das kriegen wir hin Und die Hauen App Und die Hauen App Und die Hauen App Halt mal Hellenzeugen Da steht ja neben dem Bärm In dem Hals Das scheint mir eine andere wichtige Persönlichkeit Wir kommen aus Wir kommen 2 an uns Keiner Star Ich sehe es schon Ich sehe es schon Nicht schlecht Schein Erz steht im Weg Schöner Schülz Schöner Schülz Das heißt Ja Ja Der könnte ein starker Unterstützer sein Aber man würde uns sowieso nicht In diesem Mann Ja Der könnte ein starker Unterstützer sein Wir schauen nicht Ich sage nicht Den kriegen wir schon Oh Weihau Ja, der ist nicht schlecht. Nicht leicht, den auszuschalten. Wie oft kann der seine Gestalt? Der ist ja wieder. Scheint, dass wir nicht mehr dran sind. Ah, jetzt bin ich dran. Los, Futter. Letzten Endspiel noch. Zeit, zu streichen. Ich bin wirklich harte Gegner Deswegen wäre es so gut ihn immer mit ihm zu haben Hm, er hat auch schon das Zeug bei sich Er ist ans Heimgerand Und rüden Armschienen Es werden wir nicht Und rüden Lederrüstung Er ist ein Spiegel Kampfstab Das ist alles eher etwas von diesem Äh, Schattenherz Verwechsel dich hier immer Ach, was noch der 13 So ein Mist Ja, ich weiß nicht Ist nicht besonders besser Sieht halt anders aus Zwei bis sieben Schaden Zwei bis neun Gott ist das schlecht Sie sollten nicht wünscht Sie leben in mehreren Zeiten Interessant Jetzt können wir noch Satsa um die befreien, dann haben wir das Ja, haben wir das ganz gut gemacht eigentlich, oder ganz schlecht Tror Haxlin ist auch noch da Die Parasine putz Wo finden wir den Satsa? Zu unten Kann ich irgendwie mit der Reden? Hm, schwierig Was ist da unten in der Spinnenkümer? Schwer, die jetzt zu befreien Schwer, die jetzt zu befreien Okay, die ist wahrscheinlich auch schon tot Ja, das hatten wir schon mal Zum Schluss auszuholen Planen zu sehen, wie es weitergeht Vielleicht übergutachten ist das Gedanken schon an der sich gefoltert hat Wahrscheinlich nicht Ich habe Probleme angegriffen, die vor der Gedanken schon nicht erkannt haben Ich habe Probleme angegriffen, die vor der Gedanken schon nicht erkannt haben Ich habe Probleme mit dem Raxlin Ich habe Probleme mit dem Raxlin Ich habe Probleme mit dem Raxlin Ich spreche für den Absolut Und ich sage Du bleiben Ich habe Probleme mit dem Raxlin Ich habe Probleme Und es gibt noch eine richtige Säule Wer die zurückgebracht hat auf den Absolut Befragung steuern Fünf Fragen Er verknappt sie Wer hätte ich gedötet? Wer ist die absolute? Was habt ihr in Führung gemacht? Und der möge andere? Wer ist die absolute? Raxlin frowns in confusion At a question he would never have asked Then the creature speaks in visions Curved drow blades Crude goblin torches Gnull teeth dripping blood You see other mind flayers arranged in a serene circle Absolute unity Absolute power Dammit Dammit Das sagt mir nichts Du fühlst Raxlins Gefühle Er hätte nie gefragt über seinen Meister Du bleibst in Kontrolle Barely Was wird der Möder? Was habt ihr in Faerun gemacht? Was habt ihr in Faerun gemacht? Wieder Visions fliegen durch dich Eine Flamme von Yankee-Dragon-Riders Silverblades Halt Kontrollpanels Melten Fleschpods Öl Geht ihm Hunt Sie wissen etwas Suspicion flügt Raxlins' Mind Dein Gehirn ruft Als du eine letzte Querie in seine Haare Was habt ihr durchgetötet? Warum haben wir nicht für das Schiff verfolgt? Warum waren die Githen das Schiff? Sie sehen die dunkle Tunnel, verletzten von noxiosen Pflanzen von Brunnen Die Dunkelheit verbreitet durch die Erde Die Welt verbreitet durch die Nautiläude Die Nautiläude verbreitet durch die Vögel Die Starre Was ist denn da? Der Schiff verschwindet Säugend noch einmal. Du, gehst in die Hände, hilfst den Dräumen in Thara, töten den Latt! Nun, nicht nur da stehen, schaue! Ich habe versucht. Die Karte des Teufels. Ich gehe nochmal zum Heim. Oder was? Oh, hier gibt es viele Schätze. Wir dürfen aber nicht rein. Eine Schatzkammer. Ich gehe da nochmal hin, aber wenn da nichts ist. Dann bringt es uns nichts. Ich bin zwölf, dass da was ist. Da kommen wir ja auch nicht mehr rein. Tja, schade. Ich gehe einfach mal ein bisschen defensiver. So gehen müssen. Wir haben ja auch Schlachten überholen viele. Ich gehe da. 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 Wir werden hier. Ich gehe da. Ich gehe da. Ist hier noch irgendetwas was wir tun können? Die kommen jetzt doch noch vergiften. Sie sind ja nichtlveste hier. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Du hast das. Das können wir nicht machen, ohne dass die uns angreifen. Das wirkt nichts. Da wir jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Gut, dann gehen wir weiter in den Sumpf, würde ich sagen. Ich hüte nur die Hexe und das so. So much for the Flamin Fist, eh? You ain't here, Jow. Glorious. But the Flamin Fist, partner up north. Oh, Toast! Ah, ja. Gehen wir mal den Weg lang. Ich komme in Taran 8, 2, dann nochmal dazu. Keine Ahnung. Erstmal alle Feinde auslösen. Oh doch, kein einziger. Na gut, einer. Oder zwei. Ne, kein einziger. So, wie kommen wir denn jetzt da lang? Sonnenbeschmähne Sümpfe. Hier oben müssten wir langen, wahrscheinlich. Ich habe auf der anderen Seite der Brüte noch. Lauf nochmal durch die Fellen. Rast machen wir aber noch nicht. Kurz rasten würde ich einlegen. Das Lager würde ich mal kurz geben. Noch mal zu gucken, ob die, ist die vielleicht ins Lager gekommen und es geskippt, haben wir die schon als Verbündete dabei. Ne, aber Wodo ist hier. Da müssen wir erstmal mit Schattenherz vorliegen. Das ist ein guter Freund. Das ist ein guter Freund. Ich bin einfach nur auf die Seite und habe mich überprüfen. Ich bin der Druid Halson, der hat einen Art Schatten, in einer Schatten in seiner Karte. Eine Replication, in der Wahrheit, aber wirklich faszinierend, dass du hier auf der Karte gesehen hast. Hier, auf der Karte. Das ist unmöglich. Das... das kann nicht sein. Aus dem wurde ich mit einem Parasiten infiziert. Untersucht mich und sieht selbst. Natürlich völlig lächerlich. Wenn ich nur... oh, liebe Gott! Ich muss uns das Auge rausnehmen. Ich muss ein Gewand bekommen. Ich habe das Wohlwürden. Wenn du einen Verbundeten mit bahnischen Inspiration inspirierst, dann hast du vier temporäre Trefferpunkte. Ah, ja. Ah, ja. Das ist eigentlich ein Gewand, warum wir fallen lassen. Die ganze Zeit immer nur ein Trager. Wölze. Aber ich muss etwas werfen. Oh, die Schuhe. Aha. Na dann. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Die Sache mit Tara. Und vielleicht wird da was noch draus. Ich würde mal sagen, hier lang. Ach so, dass das... ...die verlorene Stadt ist. Lads. Lads, für die Liebe, all das ist holy, ich habe niemals glatt die Augen auf deine poor Frau. Drop the act, Hag. Du warst die letzte Mal zu sehen, Rina. Lass sie weg. Bitte. Vielen Dank, du bist hier, sweetie. Ich... ich weiß nicht, was über diese Leute kamen. Bitte. Stopp das. Wir... Wir werden uns wieder aufhören. Sie ist unser Freund. Sie hat uns dabei zuguckt, wie wir... ...einen abgeschlachtet haben. Und dann mit dem Waff. Schuhe, bitte. Sie ist mit der Hag. Schuhe, bitte. Schuhe, bitte. Schuhe, bitte. Schuhe, bitte. Okay, jetzt können wir sie wirklich bekämpfen. Warum gehe ich so nah ran? Verdammt. Das war ja nicht schwer. Oh, meine Stärken. Ich... 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 ...dann nicht, dass das passiert. Was passiert? Es klang nach... ...heftigem Streit. Kennt ihr diese... ...myriana, die sie erwähnt hatten? Der beste Dank ist cool. Nichts. Du merkst. Du merkst, wie ein hoher. Ich werde bei mir zu Hause. Ich werde sicher nach dir. Gute. Wann, Pache. Can Sie, O.L.A. Was das nur? Ein Brief. Ein Weidenkrub. Ein wichtiger Weidenkrub. Der Inhalt muss erst geladen werden. Ein Wunderschönen. Du fühlst, wie du dich beobachtest. Ich bin ein Wunderschönen. Ein Wunderschönen. Die Lampfe. Soll ich es mal kurz speichern? Ich bin ein Wunderschönen. Ich bin ein Wunderschönen. Ich bin ein Wunderschönen. Ich bin ein Wunderschönen. Jetzt hat das noch geklappt. Da wird die Illusion so lange wie möglich aufrecht erhalten. Die Flucht hat man uns näher sagen. Gut, lassen wir es mal nur woher. Das Schaf. Da müssen wir nicht lang. Ich bin ja so gut dazu, wenn wir noch die Invasion sehen. Ich bin ja so gut. 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 Woah. But sure, you have two eyes in your skull, don't you? Glorious. One moment, and... Shit, Nats can I answer the beam? Restrictive. And what in all of you are? Cute, that's something I can't remember. That's my reason why I should not kill you. Well, you're right, you're my father. Indeed I am. And a fabulous one at that. Not many get to see a hag in all her glory. Consider yourself blessed. Now choose, which eye will it be. Ah, okay. You have to choose. Hold on to your knickers. This might sting a bit. Ouch. Now? That wasn't so bad, was it? That color suits you. Now, unless you want tentacles for a tongue, stay absolutely still. I've removed one of these boogers before, but it's a touch tricky. That's what I should do with a man-carter. You feel the creature writhes as it's dragged towards your ear. Then it bites back, burrowing even deeper into your brain. Ahhhh! 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 You little shit! You didn't tell me it was Netherees. I'm not touching that! I thought you could remove him. You could remove him from the other side. I could remove him from the other side. I could remove him from the other side. But that thing has been touched by more than mindflayers. You're a dead soul walking. I can't help you. What about it? I held my head to the barricade. It's not my fault, that the rickleth was painted by shadow magic. I want nothing to do with you, or that scum in your brain. I'll kill you for that. But why deny your regular the pleasure? But let it not be said that Auntie Eccle doesn't honor her death. Here, it's on you to fix yourself. Now get out! Okay. Tension Iris Thalisman. Oh. It's not bad. Zerschlagen diesen Glücksbringer. Alle Vorteile des Zaubers. Also Blut verbessern. Bis zur Endnung langen Rast zu erhalten. Ausdauer des Beeren. Stärke des Beers. Anglut der Katze. Krach des Adlers. Geris Neid des Fuchses. Und Weisheit der Eugen. It's not bad. Nicht. Still breathing, despite everything. Never wanted to die. Jetzt besiegen wir sie noch. A-passt hier hat erét berührt. Danke. Man Lions kann es nicht sein. Mäßig sind auch immer mehr. Du bist so dick wie sie kommen, Sweetness. Das ist meine persönliche Spielhaus. Und du hast keinen Invert. Geh, alle Kaki, weiter gehen, Petal! Aha. Was ist der Preis? Wie sieht das nicht mehr so gut? Ähm... Wie ist der Kopf? Sie wünscht für die Meinung eines Geniuses! Ich hab ihren Kopf. Eska ist im Mund im Schrei. Wie lange die die noch in der Hand hat, so hat er noch. Hat's noch gelebt. Aha. Ja. Ja. Geh. 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 I'm just kidding. Du fühlst die Wälder hier, als die Präsenz in der Tür riecht. Du kannst nicht die Leute sehen, dass sie die Galerie fliehen. Du fühlst es, sie schreit. Du legst die Züge, eine Räume von sterben Knöden schlägt. Die Tür bleibt silent. Und er war einschüchtern. Die Tür schluckt. Du siehst den Haag mit einem Jörg. Mit ihm will ich reden. Nein, nein, nicht schau. Du musst nicht schau, du musst nicht sehen. Ich sehe es, ich sehe was zu kommen. Ich, tot, tot, tot. Die roten Knöden schlägt. Ich bin nicht schau. Es ist schau. Wir schau. Es sind all das neun. Dieses Stimme ist schau. Nein. Kannst du nicht stoppen, kannst du nicht? Gott. Dust nicht, liebe dich. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte! Nein, nein, nein. ich habe ihn gefreit, ich muss nicht mehr leiden ich mache ihn jetzt mal los ich muss mich jetzt mal los ich muss mich jetzt mal los Was ist das? Oh Gott, das ist... Okay, wir können hier nicht durch. Schade. Du fühlst, wie die Wälder schreitst, als die Präsenz in den Bilden schreitst, als sie in den Bilden schreitst. Du fühlst es schreit, ich habe gesehen, wie die Wälder schreitst. Du siehst? Naughty. Das ist eine Dekade. Die Tür stehen, es sind alle Flickers. Und du hast das Gefühl, dass die Tür tränzt. Du siehst, mit einem Jörg, du bist... Ich glaube, ich kann hier durchgehen. Wenn du blond Después hast... Wenn du die Tür tr院 findest, dann vor潮gest Seinrix lên. Ah ja, noch nicht. Oh noch nicht. Ich bin kein Handwunnen. ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe Das stimmt, die waren genug. Außerreichweizung. Nachbarbord. Nachbarbord. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kann schon viel gestanden, ja toll. Der Rot kann ich nicht. Ich werde es nicht machen. 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 Blitzschlag. Soll ich das noch nutzen? Zug aufgebraucht. Ich werde es nicht machen. Etwas unnötig. Ich habe eine Lutz. In der Teile von hier aus kann ich auch keinen erreichen. ...deponiert. Geschossfang ist gut. ... Don't waste a step. You're not fast. schnell da ich bin noch keiner bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ein viel schlank so nehme ich was da was gehen ich mal auf schlagende rüstung nutzen werde ich sie aber nicht und dann mal hier ein schlank ich sehe schon die Partslinien ist erreicht das heißt die Exi kämpfen sie mal am nächsten Part na fantastisch einfach mal in alle Reihen rein drüber tapfen tapsen und versuchen so gut wie möglich und dann kommen gut hier werden wir jetzt haben wir durch alle wo sind die anderen Astarium da ist nicht wieder hochgehen was machst du wo ist mein Körper hin ach so hier unten steht er ich sehe es noch ganz am Anfang fantastisch dann nicht das ist nicht aber nicht ich nicht irgendwie ich habe mich ich habe mich das ist ich habe mich ich bin ich habe mich Erstmal eine kurze Rast. Eine haben wir noch. Dann schauen wir mal. Im nächsten Part. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020